Hey, wir beschweren uns oft genug, dass es an Innovationen fehlt im Smartphone-Bereich. Und deswegen reden wir heute über etwas, das hoffentlich dazu beitragen wird, dass es in Zukunft ein bisschen innovativer vor sich geht. Ja, wir lesen es ja auch diverse Male in den Kommentaren. Ja, was glaubt ihr denn? Was müsste es denn geben? Sollen Telefone fliegen können? Also, das hat HTC ja nur auch hinbekommen. Man drückt die Seiten zusammen und plötzlich passiert irgendwas. Es scheint ja doch noch Dinge zu geben. Es geht ja auch gar nicht darum, dass es große, bahnbrechende, super offensichtliche Neugestaltung, Ausarbeitung von irgendwelchen Dingen sind, sondern es geht ja nur um Details, die die allgemeine Praktikabilität deines Gerätes hervorheben. Die den Alltag einfach erleichtern auch. Genau, und die sich halt, ich nenne es jetzt mal, seamless. Also, wie ist das deutsche Wort dafür? Unsichtbar, nicht aufdringlich. Seamless, ineinander übergehend. Ja, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber das ist eben nicht so auffällig. Sie werden nicht auffällig sich integriert. Wir haben jetzt hier zwei Produkte vor uns liegen. Die sind der Anlass, weshalb wir dieses Video hier machen. Ganz genau. Uns ist nämlich aufgefallen, dass vor allem E-Ink, oder, ja doch vor allem E-Ink, zwar immer wieder mal auftaucht, aber nie wirklich integriert wurde. Außer im Zubehör, wie hier, oder in einem Telefon wie dem IOTA Phone 2. Richtig. Und ich finde, ich muss zugeben, es ist eine eigentlich sehr tolle Technologie, aber aus irgendeinem Grund schafft sie es nicht, sich durchzusetzen. Woran liegt das? Was meinst du? Ich muss zugeben, ich kann es dir nicht sagen, aber vielleicht liegt es an einer vermeintlichen Angst, dass Menschen E-Ink nicht akzeptieren, weil es vielleicht zu langsam sei. Du musst draufrücken und du siehst es sich aktualisieren. Ja, ganz genau. Ich habe mir ein iPad Pro 10.5 gekauft. Das mit dem 120 Hertz. Und du merkst mittlerweile den Unterschied. Und wenn man das einmal gesehen hat und dann jetzt zurückgeht, dann sieht man das hier noch viel intensiver. Also ich zeige euch hier nur mal, wie das aussieht, wenn man hier von einer Szene zur nächsten wechselt. Es ist auch gar nicht davon gedacht, dass man aktiv auf dem Display irgendwas macht. Das saugt ja am Ende noch mehr Akku als ein normales Display. Aber das ist Anzeigen von festen Dingen. Genau, das ist ja das Spannende dabei. Wenn du zum Beispiel über das Telefon etwas lesen möchtest, ein Textabschluss, ein Buch, dann ist es ja wie ein Kindle im Grunde. Also es wird einmal geschrieben, dein Displayinhalt, und dann bleibt er da. Es muss nicht ständig mit Batterieleistung bepowert werden, um es anzuzeigen, wie bei einem herkömmlichen Display, sondern es wird einmal eingeschrieben, fertig. Im Grunde ist der Vorteil bei so einem Display, dass du eine wesentlich längere Akkulaufzeit haben könntest, wenn du oft dieses Display nutzt oder aktiv nutzt. Bei dem JotaPhone war das Problem... Es war ein JotaPhone. Es war ein JotaPhone. Kein Samsung, kein iPhone. Die haben nicht die Marketingkraft, um das groß zu machen. Genau. Das hat von der Software noch diverse Probleme gehabt. Und das JotaPhone 3 soll Ende dieses Jahres kommen. Genau. Vielleicht. Man weiß es nicht. Was mir auch aufgefallen ist, ich dachte, es wäre perfekt für Barcodes zum Fliegen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Man macht auf der Rückseite den Barcode dran und hält den einfach nur hin. Oft erkennen aber die Barcodeskanner dann diesen Barcode nicht und du musst nochmal mit der App normal dran gehen. Oder du hast das Problem, dass du Apps wie zum Beispiel Twitter nutzt und ich bin jemand, der aktualisiert stetig. Und das stetige Aktualisieren würde noch mehr Energie verbraten, als würde ich die normale App und das normale Display nutzen. Und dann ist die App auch darauf nicht mal angepasst. Das heißt, du kannst nicht einfach den Inhalt, den du auch auf dem Display hast, ganz normal spiegeln. Sondern die Software war dann komplex. Man konnte das irgendwie machen, aber dann doch nicht. Und nicht alles und nur Teile davon. Also eigentlich ist es ein Teufelskreis, weil die Technologie, man muss wissen, mit der umzugehen. Das wollen nicht so viele. Deswegen ist Angebot wenig und deswegen die Nachfrage nach E-Ink auch wenig und BIMS. Ja. Jetzt ist es aber so, es gibt mittlerweile Zubehörhersteller, die die Thematik versuchen, jetzt auch zu modernen Flaggschiff-Telefonen rüber zu transportieren, wie zum Beispiel mit dem iPhone 7 in dem Falle. Es gäbe auch was für das Galaxy und für die Plus-Version jeweils. Ja. Aber die konnte ich jetzt auf die Schnelle besorgen. Und zwar sind die auch gar nicht teuer. Es gibt die, wenn man richtig guckt, schon ab 40 Euro, diese Hülle. Oh. Und was man denn dabei bekommt, ist relativ simpel. Hülle mit E-Ink-Display. That's it. Das können wir mal auspacken, während du dir gerne mal durchliest, was auf der Packung so draufsteht. Was so draufsteht? Ja. Das ist ja mal ganz interessant, was der Hersteller so meint über sein Produkt zu erzählen. The second screen for iPhone 7. E-Ink-Display, E-Ink-Case, i7 heißt es. E-Book-Reader, Photo-Wallpaper, Read-It-Later und Information-Center. Also das ist alles, was das Ding auch kann über diverse Apps. Der zweite Bildschirm fürs iPhone 7 hat ein kratzfester Bildschirm 9H, nach 9H, eine Stoß-Schutzhülle. E-Ink-Bildschirm-Technologie, immer auf dem Bildschirm. Das ist eine sehr tolle Beschreibung. Verringern Sie die Überanstrengung der Augen während der Stunde langlesens. Deswegen gab es auch diesen neuen Modus auch, der diesen Blauton so ein bisschen runterregelte. Und mit 4,1 mm Ultralonis-Design. Nummer eins, was natürlich nervt, ist schon wieder so ein proprietäres Aufladendesign. Nervig. Da denkt man sich, warum kann man das nicht mit einem Lightning-Kabel irgendwie durchschleusen oder sowas. Ja, hat übrigens eine Akku-Leistung von 460 mAh. Genau, aber braucht ja auch nicht viel. Also man kommt damit schon ein paar Tage hin. Ja, Bluetooth 4.BLE, sollte euch vielleicht was sagen. 4.0, ja. Am Ende hast du hier dieses Stück Silikon-Plastik-Display in der Hand. Was meinst du? Fass es mal an und vergleich es auch mal mit dem Jotafone. Es ist ja designtechnisch schon sehr ähnlich. Es ist klobiger, gar keine Frage. Oh, das ist wirklich sehr ähnlich. Ja. Und ein bisschen slippery. Es ist okay, ich mag die Knöpfe an den Seiten nicht so, die sind sehr fest. Ja, pass auf, wenn das Telefon drin ist, wirst du dich wundern. Das machen wir jetzt mal. Wir stecken mal das iPhone rein. Rein ist übrigens sehr einfach. Raus wirst du dich gleich einen Wolf ärgern. Okay. So. Ah, ich ahne schon warum. Ja. So, jetzt mit dem Telefon drin ist es sogar ganz okay. Oh, oh, ja. Okay, ist wirklich gut. Problem ist nur, das Design von einem iPhone 7 ist damit natürlich hinüber. Ja. Du hast jetzt ein eckiges Ding. Ja, und zwar ein dickes, eckiges Ding. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem Jotafone, wie schön es hier integriert ist. Abgeholtes Ecken, es bleibt in diesem allgemeinen Design. Also das hier ist rein technisch wesentlich geil umgesetzt. Du guckst vorne auf dein Hauptdisplay, drehst kurz um, ah, und machst so weiter. Ja. Geht da natürlich nicht. Du kannst hier auch nicht darauf herumwischen, sondern du musst das mit den Bedienungen hier unten machen. Richtig, genau. Du kannst damit überhaupt nicht interagieren. Genau. Du hast hier unten die mögliche, also hier unten siehst du gerade dieses Power-Symbol. Das heißt, er hat sich jetzt in den Standby-Modus gesetzt. Ja. Du müsstest es dann hier jetzt mit dem, es gibt einen haptischen Knopf. Das ist der hier unten. Den musst du jetzt ein paar Sekunden drücken und dann macht es einfach boop und dann geht es wieder an. Okay. Und hier sind das so wie bei Android, Soft-Touch-Button. Ja. Links, rechts oder Menü-Button. Und damit kannst du dann, wenn er gleich gebootet hat, das dauert ja tatsächlich einen Moment. Das ist hier Version 1, 2, 8 und so weiter. Also jetzt, dann tippst du hier doppelt drauf und das ist dann dein Menü. Okay. Dann tippst du so durch Fotos, Angepinnte oder Read Later und so weiter und so fort. Dein Widget Center kannst du hier mit auswählen. Also jetzt bleiben wir bei den Bildern und kannst dann hier durch deine Bilder durchswitchen. Das sind natürlich auch Fotos. Deine Fotos sehen okay aus. Wir hatten schon mal verglichen mit den Fotos, wenn ich hier ein Foto mit mache. Ja. Ich kann das ja mal ganz kurz in die Kamera zeigen. Wenn ich ein Foto machen will, also die Kamera-App starte, zeigt er hier auch noch so eine lustige Sachen mit an. Genau. Smile. Lächeln mal. Dann mache ich ein schönes Foto. So. Und dieses Foto wird dann hier auch direkt auf der Rückseite angezeigt. Wenn man das hier mal zusammenhält eben. Also bei dem Jotaphon sind die Graustufen-Abstufungen wesentlich feiner. Ja. Es sieht schon besser aus. Ja. Aber das Jotaphon, erinnere ich mich, hat 400 Euro gekostet. 500 sogar. Ja, weiß ich gerade nicht. Bei der großen Version, ja. Und hier zwischen 40, also je nachdem, zwischen 40 und 100 Euro. Ja. Und wenn du es dann eben umschaltest, so, keep calm, genau, and ink on, dann schalten wir nochmal hier eben um auf read later. So. Das ist hier auch dein Text. Wunderbar. Hier deine, dein Widget-Center. Wenn du es jetzt mit deinem Telefon verbunden hättest, dann hättest du hier wie bei einem Jotaphon deine Widget-Übersicht. So. Und hier nochmal alles, was du dann angepinnt hast als später, read later. Ich finde die Art zu, in dem Menü zu arbeiten, gar nicht so blöd, weil hier reagiert das Display schon sehr langsam. Also wenn man mal guckt, ich will jetzt hier nach links wischen. Oder ich drücke mal hier auf, keine Ahnung, auf das Wetter. Ja. Ja, das Interessante dabei ist ja, wir merken es ja gerade selber, im Grunde hast du hier mit einer Hülle, die du die ganze Zeit nochmal individualisieren bzw. personalisieren kannst. Ja. Du kannst ein Cover so gestalten, wie du möchtest, mit Sprüchen, mit Fotos. Von deinen Liebsten oder keine Ahnung. Und hast damit eigentlich jedes Mal wieder ein neues Cover, das du auch noch nutzen kannst für praktische Dinge wie Lesen. Ja. Spiele spielen, auf denen du kannst zum Beispiel auch Dame spielen. Haben wir vorhin gemacht. Richtig. Oder News, Wetter, du weißt, Push-Notifications, blablabla. Und da denkt man sich so, ich finde es, wenn man es dran hat, eigentlich fühlt es sich so selbstverständlich an. Dass du nicht immer vorne scroll, 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 sondern hast du einmal hinten die wichtigsten Sachen, die du wirklich brauchst, drauf hast und dann Akku schon. Guck mal, eine große Uhr, also ich kann jetzt hier die ganze Zeit sehen, wie spät es ist und ich muss nicht immer ständig umdrehen und auf meine Uhr gucken. Ich weiß, welches Datum es ist, ich weiß, wie das Wetter ist, wenn sich das auch noch passend aktualisiert, ist das richtig geiler Service. Ja, ich finde das auch super. Du hast dein Telefon zusätzlich geschützt. Der einzige Nachteil ist jetzt, das Ding rauszubekommen. Also es ist so, du musst es über, es steht sogar in der Anleitung. Genau, ich kann es jetzt nicht hier unten machen, weil damit würde ich das ja kaputt machen. Es steht sogar in der Anleitung, dass du das Telefon über die Kamera rausdrücken musst. Du musst es über die Kamera rausdrücken. Also umdrehen und von hinten gegen die Kamera drücken. Ja, und es fühlt sich so an, als würde es so ein Telefon auseinanderbrechen. Aber das ist der offizielle Weg. Das ist dumm. Und wenn du das häufiger machst, ich glaube, das wird dich richtig nerven. Also es ist einmal ranmachen und dann lässt du es drin. Und dann nie wieder raus. So. Okay. Also ich finde, das ist eine Sache, ein zweites Display mit E-Ink-Technologie, finde ich ehrlich gesagt eine sehr schöne Sache, die man nochmal aufgreifen darf, liebe Handyhersteller. Ich finde auch, also es wird ja immer mehr. Dieses E-Ink hat ja mittlerweile Farbe, das E-Ink hat von der Refresh Rate, also von der Wiederholungsrate der Bilder, es ist immer höher geworden. Und es kann sein, dass das irgendwann sogar das Hauptdisplay ablösen wird. Sehr viel, sehr viel Strom sparender und eventuell irgendwann auch so scharf. Es muss ja auch nicht ein riesiges Display auf der Rückseite sein. Man kann sich ja was ausdenken, dass es irgendwie an der Seite entlangläuft. Das, was ja Samsung mit der Edge-Technologie versucht hat, was ich ja nicht so geil fand, könnte man damit nochmal alternativ versuchen. Oder oben, wo die dicken Ränder sind. Genau, statt ein OLED-Display einfach das Ding rein. Ich sehe immer, wie schwer das ist, wie gut das wäre. Genau, und da es ja auch schwarz werden kann, ist dann dein Rahmen wieder schwarz oder andere Farbe. Also, liebe Hersteller, ihr seht, es gibt ein weites Feld. Bedient euch an bestehende Technologien und setzt da kreative Leute ran, die wissen ganz bestimmt, was damit zu machen ist. Uns fehlen so ein bisschen die Möglichkeiten natürlich, das irgendwie umzusetzen und auszuprobieren. Sonst könnten wir vielleicht auch das nächste Jotaphon 3 Kickstarter. Schöne Grüße an die Kollegen von Jotaphon, die durften gerne mal vorbeikommen und mir Bescheid sagen, wenn es um das dritte... Ja, wie gesagt, es gibt Gerüchte, dass es am Ende des Jahres noch ein Dreier geben soll. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten sind wir gespannt, was sonst noch auf Turn-On passieren wird. Wenn ihr auch gespannt seid, dann lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, damit ihr in Zukunft auch informiert werdet. Da unten ist übrigens der Abo-Button jetzt Zukunft direkt. Das ist aber sehr schön verarbeitet. Und keine Klebereste und sowas. Drittanbieter, Dritthersteller, Zubehör kann gut sein. Gut ist auch unsere Social-Media-Kampagne. Wir machen sehr viel auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und neuerdings auch auf MySpace. Also du kümmerst dich um MySpace. Wir kümmern uns um die modernen Sachen, wie zum Beispiel Instagram und Co. Und Snapchat. Also Daumen hoch, Abo, wie immer. Und wir sehen uns. Ciao. 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 Ciao.